Moin Leute, ich war gerade für zwei Tage in Portugal und habe da so ein ganz bisschen Sonne getankt. Ja, warum? Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, dass ich seit kurzem den neuen YouTube-Kanal für Triumph Hamburg mache. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen, wenn ihr euch für Motorräder interessiert. Das ein oder andere Abo würde uns da ehrlich gesagt noch ganz gut tun. Wir sind halt noch ganz am Anfang. Ja, und deshalb habe ich den mal hier oben einfach verlinkt. In dem Zuge war ich auf jeden Fall mit auf einem Event, wo die Triumph-Händler selbst mal alle neuen Modelle Probe fahren konnten. Ja, und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich mir einen Ast gefreut habe, dass ich da mit konnte. Denn so konnte ich unter anderem auch mal die neue Rocket fahren. Also wirklich ein absolut beeindruckendes Moped, das muss ich sagen. Aber es soll hier ja jetzt nicht zu sehr um Motorräder gehen. Es geht hier in erster Linie um Fotografie. Und genau just einen Tag vor dem Event sind dann auch noch zwei Objektive von Tamron angekommen für die Sony. Und zwar die beiden Zoom-Objektive. Einmal das 1728 und das 2875. Beide jeweils mit einer Anfangsblende von 2,8. Ja, die habe ich noch schnell ausgepackt. Und dann muss ich sagen, wow, sind die klein und vor allem total leicht. Die müssen unbedingt mit. Sind das wirklich Vollformat-Objektive? Ich dachte erst, das sind reine APS-C-Objektive, so klein wie die sind. Ja, und ihr wisst ja, auf Reisen, also ganz allgemein und natürlich auf dem Motorrad speziell, da spielen halt Größe und Gewicht eine Rolle. Sowieso spielen bei mir diese beiden Parameter, gerade bei der Kamerawahl, immer eine zentrale Rolle. Die Sony, die habe ich mir ja quasi als Allround-Kamera angeschafft, wenn ich sowohl Fotos als auch Video machen muss und halt nur eine Kamera mitnehmen will oder kann. Action-Cams zählen da übrigens nicht. Klar war auf jeden Fall, dass ich selbst halt auch mit dem Motorrad fahre, weil das war ja, ja, war den ganzen Tag Test- und Probefahrt. Es waren unterschiedliche Gruppen. Die Motorräder, die wurden immer durchgewechselt. Und naja, die Testfahrzeuge, die hatten natürlich alle keine Taschen oder Koffer. Also musste das ganze Equipment irgendwie am Mann mit. Ich hatte als Rucksack den Wondert Provoke oder wie auch immer man das ausspricht, in der 21-Liter-Variante dabei. Größenmäßig wollte ich halt nicht mehr mitnehmen, weil wenn man das ganze Zeug den ganzen Tag auf dem Rücken hat, dann ist das ja schon ein bisschen heavy. Aber zu dem Rucksack, da kommt irgendwann nochmal ein Extra-Review. Ja, und außerdem hatte ich dann noch so eine Cozy-Speed-Gürteltasche dabei. Die halte ich hier auch mal gerade in die Kamera. Und ja, ich muss gestehen, dass diese Gürteltaschen vom Style her nie so richtig meins waren. Aber auf dem Motorrad, wenn man halt Platz für nur eine Kamera braucht und die schnell im Zugriff sein soll, dann sind diese Taschen ehrlich gesagt gar nicht so übel. Aber auch darum soll es nicht gehen, sondern um die Tamrons. Ja, sorry, wenn ich mich ein klein wenig verquatsche heute. Auf jeden Fall war ich mit der Kombination der beiden Brennweiten oder Brennweitenbereiche absolut glücklich. Also ist alles, was ich brauche für Foto und auch Film. Ja, und vergleicht man jetzt mal die von der Größe her. Ich habe hier zum Beispiel das 24-70 von Sony. Wenn man das mit dem 28-75 vergleicht, also das ist größenmäßig schon eine echte Ansage. Also sieht man jetzt hier vielleicht nicht so direkt, aber wenn man die in die Hand nimmt, dann merkt man sofort, dass Sony, das bringt halt 886 Gramm auf die Waage und hat ein 82er Filtergewinde. Das Tamron, das wiegt halt nur 550 Gramm und hat einen Filterdurchmesser von 67 Millimeter. Bei dem kleinen Bruder hier, dem 1728, da ist es ähnlich. Das Pendant dazu wäre wahrscheinlich von Sony das 1635. Das hatte ich ja auch schon mal getestet. Da habe ich allerdings kein Video drüber gemacht. Ich war damit aber absolut zufrieden. Ja, also das 1635, ein mega Objektiv, aber auch kein Leichtgewicht. Das wiegt halt 680 Gramm und das Tamron dagegen nur 420 Gramm. Filterdurchmesser, wieder ähnlich, 82 beim Sony und 67 beim Tamron. Ja, nun könnte man meinen, ach ey, scheiß doch auf die paar hundert Gramm, das merkst du doch nicht, das macht den Kohl nicht fett. Doch, das macht den Kohl fett. Vor allem in der Summe dieser beiden Objektive und halt in Kombination mit der Größe. Das Sony, das 2470 hier zum Beispiel, das muss ich in den Rucksack legen. Das Tamron dagegen, das kann ich reinstellen von der Länge her. Naja, alles hat natürlich auch seine Schattenseiten. Wenig Gewicht, heißt natürlich deutlich mehr Plastik bei den Tamrons. Die fühlen sich daher auch nicht ganz so wertig an wie die Sonys. Aber es ist immer noch okay, also gerade wenn man hier dreht und zoomt und macht. Also das fühlt sich schon alles ganz ordentlich an. Ist aber trotzdem, muss man gestehen, eine andere Liga als so ein Sony G-Master. Ja, und dieser verhältnismäßig kleine Filterdurchmesser, der hat mich da ein bisschen stutzig gemacht. Weil ich kenne das auch von früher, die ganzen Nikon Objektive, die ich hatte für Vollformat 2470 und so. Die hatten alle immer so einen 77er Filterdurchmesser, einige 72. Sony hat sogar hier viel 82 und dann kommen die bei Tamron auf einmal mit 67 Millimeter um die Ecke. Und das legte dann schon irgendwie die Vermutung nahe, dass die Objektive zumindest im Weitwinkelbereich irgendwie vielleicht ein bisschen stärker vignettieren. Und ich würde sagen, wir schauen uns daher jetzt einfach mal so ein paar Bilder an, die ich auf dem Event gemacht habe. Ja, fangen wir mal mit dem 17 bis 28 an. Und das ist natürlich die Drama Queen. Ja, gerade bei den Motorradaufnahmen hier, wenn man nah rangeht und dann nach hinten so viel Hintergrund mit drauf hat, ja, das knallt schon. Also hier bei der Tiger, da hatte ich auch nicht so wahnsinnig viel Platz. Die haben wir also da auf, ja, hier auf so einen Felsen gekarrt mit zwei, drei Mann. Also das war schon von der Location her abgefahren. Aber da war ich auch ganz froh, dass ich halt diese 17 bis 28 hatte. Ja, und bei diesem Bild hier, das habe ich hier mal in einer unbearbeiteten Version. Da sieht man auch ganz schön, dass da doch einiges an Vignette vorhanden ist. Also hier in der Ecke, wenn man da mal schaut. Vignette kann man übrigens wunderbar auch sichtbar machen, indem man ein Bild in schwarz-weiß umwandelt und dann den Kontrast mal richtig hochzieht. Und dann sieht man schon, was hier also wirklich an Vignette vorhanden ist. Ja, und das kann man natürlich korrigieren. Lightroom hat jetzt auch schon hierfür Profilkorrektur. Wenn ich die aktiviere, dann wird das Objektiv automatisch erkannt. Und ihr seht, da wird halt einiges rausgerechnet an Vignette und auch an Verzeichnung. Ich gehe nochmal hier in das Original und schalte mal ein und aus. Ich muss gestehen, mir ist das ja fast schon ein bisschen zu viel Korrektur. Also natürlich hier bei der Geometrie, da kann es natürlich schon mal sein, dass das im Zentrum Sinn macht, gerade mit Linien. Aber ich muss sagen, ich bin ja eigentlich auch ein Freund von Vignette. Also was ich dann immer mache, ist, ich mache hier die Profilkorrektur rein und dann gehe ich nachher in die Effekte und knall wieder nachträglich eine Vignette dazu. Ja, also wie man das macht, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber das wollte ich auf jeden Fall einmal zeigen. Vignette ist natürlich vorhanden. Ja, von einem Bokeh-Monster kann man in diesem brennweiten Bereich natürlich nicht sprechen. Also obwohl der Hintergrund hier so weit weg ist, ist da halt nicht so wahnsinnig viel Unschärfe vorhanden. Ja, weil wenn man da, also gerade bei solchen Bildern, dann so einen richtig fetten, unschärfen Look haben will, da wäre natürlich so ein 24mm mit Blende 1.4 deutlich besser. Ja, oder vielleicht sogar dieses neue 20mm 1.8, was es von Sony seit kurzem gibt. Das habe ich allerdings bis jetzt noch nicht in die Finger bekommen. Müsste ich mich mal drum kümmern. Man kann sich also bei diesem Objektiv auch nicht darauf verlassen, dass man den Hintergrund einfach wegballert. Also da muss schon irgendwie so ein Minimum an Bildaufbau her. Ja, hier mal ein Bild von der Rocket. Also wirklich beeindruckendes Moped. Aber ich will da nicht zu viel drüber reden. Hier sieht man natürlich, wenn man nah rangeht, das ist 17mm relativ weit unten fotografiert. Ja, das Rad wird natürlich richtig groß dabei. Mag natürlich nicht jeder. Ich persönlich finde das ganz cool, weil wie gesagt, das ist natürlich so ein bisschen hier Drama Queen. So, dann hier mit dem Philipp. Da haben wir da, 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 da. Hier dann nochmal die Thruxton. Hier habe ich, hier hatten wir auch unheimlich wenig Platz. Also die Thruxton, die haben wir hier auf, auch an so einen, an so einen Abgrund gestellt. Und, naja, hier war halt dahinter dann so ein Schotterweg. Den sieht man hier links in der Seite. Also auch wieder wenig Platz. Und ja, da hat natürlich das 17, hier 17mm, hier 28mm, hat da natürlich schon so ein bisschen seine Stärken ausgespielt. Ja, diese Street Triple, ja, Street Triple war es, die wir hier noch hatten. Das ist jetzt nicht so unbedingt meine Gattung von Motorrad, aber die haben wir dann hier auf so ein Holzpodest gestellt. Und ich muss sagen, das kam dann schon echt richtig gut. Also hier diese tiefe Position, dann mit den Linien von diesem Holzpodest. Also da sieht man halt wirklich, was das 17, 28 kam. Ja, hier nochmal, also da haben wir eine ganze Serie von fotografiert. Alles so, seht ihr jetzt hier, 18mm. Also schon echt cool. Und ich muss sagen, hey, wenn man nichts mit Motorrädern zu tun hat, dann ist das doch trotzdem ganz geil, oder? Naja, okay, aber kommen wir jetzt mal zu dem 2875, was ja im Grunde genommen das Pendant ist zu einem 2470er. Warum Tamron diese Brennweitenbereiche gewählt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Größe zu tun, aber ich würde es einfach mal vergleichbar zu einem 2470er setzen. Ja, und diese 2470er Objektive, das waren irgendwie nie so richtig meine. Ja, also ich mochte sie nie besonders gerne. Also es war nicht so, dass ich sie schlecht fand, aber es war auch nie so, dass ich die total abgefeiert habe, weil diese Objektive halt irgendwie auch nichts so richtig gut können. Die sind halt irgendwie, ja, für faule Leute, oder um es einfach ein bisschen positiver auszudrücken, sind halt für alle, die einen Allrounder suchen. Für genau diesen Anwendungsfall, den ich hier hatte, mit Reise, Moped und so weiter, Film als auch Foto. So, es war perfekt. Also ich muss wirklich sagen, 28 bis 75 Millimeter hat hier einen so riesigen Bereich abgedeckt, dass man hier wirklich von einem absoluten Allrounder sprechen kann. Ja, gucken wir uns da doch auch mal ein paar Bilder an. Unterschiedliche Brennweiten. Ja, hier seht ihr, wie die Jungs, die Tiger da an den Abgrund gestellt haben. Dann, ja, hier ist es 42 Millimeter. So, und da steht sie da am Abgrund. Hier, das ist 75 Millimeter. Und aus etwa der gleichen Position haben wir dann hier 28 Millimeter. Ja, und da sieht man schon, also das ist schon ganz cool, was man damit machen kann, ohne dass man großartig seinen Hintern von der Stelle bewegt. Ja, hier 28 Millimeter. Das ist natürlich meine Brennweite, die ich von der Leica Q her wirklich gut kenne. Und, ja, ist schon top, muss ich sagen. Ja, hier bei diesem Bild, da hat mir der Zoom dann auch wieder so ein bisschen geholfen. Denn hier muss man wissen, rechts und links waren irgendwie Mülleimer. Nach hinten und nach vorne hatten wir nicht beliebig Spielraum. Also hier dann so eine krumme Brennweite von 48 Millimeter. So was ist natürlich hin und wieder dann schon ganz hilfreich. Erlaubt mir an dieser Stelle ein klein wenig Werbung. Die Bilder, die sind alle mit meinen Lightroom-Presets aus den Paketen 1 und 2 bearbeitet. Hauptsächlich mit den Presets Seafarers, Mexiko und New York. Vorlinke ich euch auch nochmal unter dem Video und hier oben in der Infocard Werbung Ende. Ja, ich habe dann nochmal ein paar Testbilder mit meinen Hunden gemacht. Die müssen ja immer herhalten. Und hier habe ich jetzt auf jeden Fall mal eins mit 75 Millimeter gemacht. Blende 2.8. Das ist übrigens komplett unbearbeitet, das Bild. Ja, und ja, hier sieht man auf jeden Fall beide Objektive. Die sind auf jeden Fall scharf. Also hier sieht man es vor allem sehr gut. Hier gerade das Fell auf der Stirn. Also was das Thema Schärfe angeht, da sind die Objektive absolut top. Und da muss man eigentlich auch nicht viel drüber diskutieren. Ja, hier sieht man auch bei den beiden Hunden, ja, die schaffen es irgendwie nie, auf einer Ebene zu liegen. Also da ist natürlich bei 2.8 schon das Problem, dass hier einmal bei Scampi die Stirn scharf ist. Und hier bei dem Joe dann die Nase. Und ja, wenn wir uns mal das Bokeh angucken, so ein, ja, bei Blende 2.8, da hat man natürlich jetzt nicht unbedingt so die Mega-Bokehs. Aber das hier ist halt 75 Millimeter, 2.8 und ja, wir haben hier halt doch eine ganz angenehme Unschärfe. Ist jetzt nicht so das Ober-Mega-Hammer-Bokeh, wie man das von einigen Festbrennweiten her kennt. Aber absolut in Ordnung und Freistellmöglichkeiten bei 75 Millimeter, 2.8 absolut vorhanden. Beide Tamrons haben einen sogenannten RXD-Autofokus. Der soll halt schnell sein, präzise und leise. Ich muss gestehen, dass ich den Autofokus gar nicht auf Herz und Nieren getestet habe. Weil, ja, ich war ja zum Fotografieren da und ich habe jetzt nicht direkt drauf geachtet. Allerdings muss ich auch sagen, er ist mir halt nicht negativ aufgefallen. Ja, bei einigen Objektiven, da hatte ich das schon mal in der Vergangenheit, dass die vielleicht ein bisschen gepumpt haben. Oder der Autofokus auch nicht sofort gepackt hat. Nee, und das ist, war jetzt also mit den Tamrons, ich sag mal, absolut unauffällig. Ja, und auch beim Film im AFC-Modus mit Gesichtstracking, das hat alles super funktioniert. Schön ist natürlich auch die Naheinstellgrenze. Bei dem 28,75, da haben wir 19 Zentimeter im Weitwinkel und 39 im Telebereich. Beim 17,28, da geht es von 19 bis 26 Zentimeter. Ja, und besonders bei Detailaufnahmen, da ist natürlich die Naheinstellgrenze ganz wichtig. Leica M-Fotografen, die wissen sicherlich, was ich meine und warum ich dieses Thema so gerne nochmal anspreche. So, kommen wir jetzt mal zum Fazit und damit auch zu der berühmten, ja, Sinn- oder Kauffrage. Preislich sind die beiden Tamron-Objektive jeweils weit unter der Hälfte vom Preis der Sonys zu haben. Ja, wenn ich beide Tamrons zusammen kaufe, bekomme ich für das Geld nicht mal eins von den beiden Sony-Objektiven. Die genauen Preise, die müsst ihr am besten mal checken. Ich habe hier unter dem Video so Amazon führt mich zum Schotter Affiliate-Links gepackt. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und die aktuellen Tagespreise checken. Aber der Preisunterschied, der ist halt einfach schon eklatant. Dazu kommt dann natürlich der Gewichts- und Größenunterschied. Also wenn Größe und Gewicht eine Rolle spielen, dann würde ich sagen, dass die Tamrons wirklich ganz weit vorne sind. Und sicherlich für viele zur ersten Wahl gehören. Klar, die Sonys, die wirken natürlich wertiger. Und auch in der Abbildungsleistung legen sie vielleicht nochmal einen Tacken obendrauf. Also da muss man sagen, sind die G-Master-Objektive von Sony schon echt eine Bank. Naja, und irgendwo muss ja der Preisunterschied auch herkommen. Aber entscheiden muss das natürlich letztendlich jeder selber. Jeder hat ja auch unterschiedliche Prioritäten. Nicht für jeden ist halt jetzt Größe und Gewicht das absolut Wichtigste. Manch einer sagt halt, ich will unbedingt das Allerbeste, was die Performance angeht. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, dass halt die Kombination aus der Sony Alpha 7 mit den beiden Tamrons wirklich ein idealer Reisebegleiter ist. Und an der Stelle wird halt auch für mich endlich dieses Spiegellos-Thema ein bisschen runder. Denn was ich schon immer kritisiert habe, ist, dass vor allem die Kameras, die Vollformatsensoren haben, zwar kleine Bodies haben. Aber in dem Moment, wo ich mir dann hier so einen Trümmer davor schraube und dann vielleicht noch ein zweites oder drittes Objektiv mitnehme, dann habe ich das ganze Größenthema sofort ad absurdum geführt. Das bringt kaum Vorteile gegenüber der klassischen DSLR. Ja, und damit funktioniert das dann. Ja, und wenn es das ganz kleine Besteck sein soll, dann reicht sogar eins von diesen beiden Objektiven. Also wer es halt ganz mega allround haben will, der greift hier zu dem 28-75. Ich persönlich bin halt ein Fan von dem 17-28, was aber halt einfach auch damit zusammenhängt, dass ich sehr, sehr gerne nah rangehe an meine Motive. Ja, und wenn man die Kamera dann wirklich nur mit einem dieser Objektive hat, dann kann man auch hier so ein nettes Gürteltäschchen einfach nur mitnehmen. Und ja, so beim Thema Motorradfahren, muss ich sagen, ist das gar keine schlechte Kombination. Ja, Leute, wir sind am Ende angekommen. Wie immer freue ich mich natürlich über euer Feedback. Ihr wisst, Rumgemotze und hier ein loses Getrolle. Das wird kommentarlos gelöscht. Und ja, falls noch nicht geschehen, dann lasst doch gerne mal ein Abo da und like das Video. Das ist halt der digitale Applaus für die YouTuber. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Hamburger Kanal für Fotografie. Tschüss, Leute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020